so hallo hier sind frank tausch hier filmkritik tv und christoph krachten von klicksoom und wir melden uns aus west hollywood vom sunset plaza mit leckerem essen gerade eben war sensationell aber sensationell ist frank tausch kommt zu klicksoom jetzt im sommer herbst so im bereich des video days weil da wirst du auch sein würde ich wahnsinnig gerne dabei sein so und was ist wenn jemand zu klicksoom kommt ihr könnt fragen stellen so ist es bei frank tausch auch in letzter zeit nehmen wir ja auch die kommentare also kräftig kommentieren video antworten posten mit euren video fragen und den infotext lesen und kreativ sein und das war's eigentlich oder kannst auf den markt bargeld überweisen heiratsenträge machen an mich nicht an ihn erst begeben ja das war's okay also bis dann bleibt tschüss aus hollywood ja 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 ja